Nummer 28 Female Bross, deutsche Stute von GlideMaster aus der Victory Please. GlideMaster gewann in seiner Rennlaufbahn unter anderem die amerikanische Triple Crown. In Europa gibt es verhältnismäßig wenige Nachkommen dieses außergewöhnlichen Hengstes, dessen züchterische Glanzpunkte vor allem Blue Porsche sowie die Wunderstute Maven sind. Die Mr. Vic Tochter Victory Please brachte unter anderem Great Success, Gewinner von 400.000 Dollar. Mit Azul und Pleasing Lady folgten zwei weitere Produkte, deren Gewinnsummen sich im Bereich der 200.000 Dollar Region befinden.